Das ist ziemlich früh für die Epoche der Romantik, aber ich lebe ja zu diesem Zeitpunkt in Jena. Ich bin Fichte-Fan und das Thema meines kurzen Romans spricht wohl für sich selbst. Das ist Orientierungslauf im Gefühlschaos der Jugend bzw. des jungen Erwachsenenalters. Ich finde schon, dass das romantisch ist, aber urteilen Sie selber. Vielen Dank, Frau Möreau. Mit dabei sind der nette, junge, erfahrungshungrige Schweizer Kaufmannssohn Albert. Ihm läuft die nette Nanette über den Weg und er verliebt sich in sie. Weil sie jedoch spurlos verschwindet, investiert er seine weitere emotionale Energie in eine Freundschaft mit dem etwas depressiven Lorenzo. Natürlich gibt es noch andere Figuren, aber diese drei sind die wichtigsten. Los geht's in Genua, wo Albert bereit ist. Also, Papa findet, Reisen bildet, mach ich gern. Er hat sich ja das Ganze wahrscheinlich etwas vernünftiger vorgestellt unter uns. Ich mach genau das Gegenteil. Für mich geht's darum, möglichst viel rein und unverdorben zu fühlen, zu empfinden. Ich allein in der Natur, hier wäre mal die Natur, ja, Vogelzwitschern, Blütenpracht. Wenn man diese Sprache erspüren lernt, dann lernt man was über die Harmonie und Verbundenheit des ganzen Weltalls. In der Gesellschaft lernt man nur, sich von der Vernunft anderer unterdrücken zu lassen. Das Glück des Einzelnen ist aber die Basis für das Glück von allen. Ja, solche radikalen Ansichten entwickeln Schweizer Teenager, wenn man sie unbeaufsichtigt in Italien herumschwirren lässt. Jedenfalls sitzt er empfindsam unter einem Limonenbäumchen, das wäre jetzt mal ein Limonenbäumchen hier, ja, und seufzt. Ach, jetzt noch eine Frau lieben, das wär's. Und als ob uns die Autorin etwas damit sagen will, hört er, jetzt ist Schluss, du bist so undankbar, danke für die Offenheit. Er sieht, die Frau kann sich nicht mehr halten und es macht Bang. Und sie schaut ihn auch an, das nimmt er als Zeichen und sagt, boah, ich bin verliebt. Nun weiß er natürlich nicht, wer sie ist. Mehrere Tage ist er ziemlich verzweifelt. Und dann schaut er zufällig aus seinem Fenster raus und sieht auf der Straße niemand anderen als seine Angebetete, die der netten Witwe von gegenüber so ein verstohlenes Zeichen gibt. Und sie erwidert das Zeichen und schwupps ist sie in der Kirche. Und dahin folgt er ihr natürlich, ja, kniet sich neben sie, glüht sie an, bis sie was sagt, nämlich, wer sind sie? Ich bin ein Schweizer und sie? Ich bin da nett. Da betritt ein älterer Mann die Kirche. Sie geht zu ihm, offensichtlich hat sie es eilig, er will ihr natürlich folgen. Und sie so, ah, ich muss da meine Brieftasche verloren haben, mein Portfolio. Und er so, hol ich. Und kaum ist er wieder zurück. Nein, das war eine Ablenkung, die wollte mich loswerden. Die Witwe! Aber die ist leider auch weg. Jetzt ist Albert natürlich ziemlich down, aber er hat das Glück, nicht in der Depression zu versinken. Ja, ich suche einfach Gesellschaft, ne? Vor allem lerne ich Lorenzo kennen. Geh weg! Ja, er ist eher abweisend, ne? Er hat schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, aber er ist faszinierend. Albert läuft ihm einfach so lange nach, bis Lorenzo irgendwann kapituliert und sagt, Albert, endlich bin ich nicht mehr allein in der Welt. Und bang, sind sie Buddies. Und der Albert so, also ich finde es echt cool, wenn ich ihn so ein bisschen aus der Depression rausholen kann. Hier, lass uns doch mal nach Paris fahren. Das ist doch eine Riesensache mit dieser Revolution. Also mich interessiert es ja nicht, aber wenn du das gerne willst, machen wir das. Und bang, fahren sie nach Paris und Albert ist dabei, als auf dem Marsfeld die Menschenrechte verkündet werden. Plötzlich hört er hinter sich, heilige Freiheit! Und er so, heilige Scheiße! Na nett! Und die so, wow! Und er kann nur vor sich hin stammeln. Was war denn das für eine Nummer mit diesem Portefeuille? Und sie so, ja, ich musste. Plötzlich kommt da wie im Witzfilm so ein Polizist und sagt, Portefeuille, hier ist gerade eins gestohlen worden, was wissen Sie darüber? Und die so, ja, wir wissen gar nichts darüber. Sie kann sich mit Hilfe eines männlichen Begleiters entwinden, aber er wird verhaftet und durchsucht. Es passiert ihm nichts, aber ja toll, jetzt habe ich sie wieder verloren. Dann geht er in seine Unterkunft und findet eine Nachricht von Lorenzo, den er dort eigentlich erwartet hatte. Musste leider weg. Es geht um mehr als mich, kann leider nicht sagen, wieso. So eine Scheiße! Er durchsucht Paris wie wild nach Nanette. Die kann doch nicht weg sein! Oh, Papa schreibt, ich soll heimkommen. Das macht er als guter Sohn natürlich, fährt nach Hause und wird auch total freudig wieder aufgenommen. Junge! Hallo Papa! Aber jetzt versinkt er total in Liebeskummer, in Grübelei, in Trauer, bis Bang! Aua! Papa stirbt. Nein! Das rüttelt ihn so ein bisschen auf. Er war ein einfacher Mann, aber ein guter Mensch. Ach, ich will jetzt nochmal reisen. Vielleicht nicht ganz so weit. Er geht in einem superhübschen Alpental wie dem hier hinten wandern und als ob uns die Autorin etwas damit sagen wollte, gibt es einen Wolkenbruch. Er stellt sich unter und als er sich umdreht, Nanu, Nanette! Und diesmal läuft sie nicht vor ihm weg. Er darf sie besuchen. Sie wohnt mit ihrer Tante in einer Berghütte. Aber das ist top Sigrid, das darfst du keinem sagen. Hallo Mam, hier ist er. Sie nennt ihre Tante Mutter. Und sie sagt, Buongiorno! Ja, ebenfalls, ich freue mich! Und wie schon die ganze Zeit geht es jetzt ausführlich um Alberts Empfindungen. Das können wir nicht alles im Detail erzählen. Nur ganz schnell, die Liebe ist die Wärme der moralischen Welt und Nanette ist deshalb so super, weil sie nicht irgendwie künstlich verbildet ist, sondern einfach naturbegabte Menschenkennerin. Wir sehen uns ja jetzt schon eine ganze Weile, ein paar Monate, aber ich will für immer bei dir sein. Und das war offensichtlich so eine Art Heiratsantrag. Jetzt werden die Tante und Nanni ernst und sie sagt, okay, also dann erzähle ich dir jetzt mal die ganze Geschichte. Ich komme aus Genua und meine Eltern sind früh verstorben. Ich habe einen ungefähr gleichaltrigen und einen älteren Bruder. Meine Tante hier hat mich aufgezogen und geldmäßig waren wir von meinen Eltern alle gut versorgt, aber mein älterer Bruder hat systematisch seinen Anteil verschwendet und dann meinen jüngeren Bruder dahin manipuliert, ins Kloster zu gehen. Du, dein Seelenheil ist mir total wichtig. Und er so, ja, okay. Aber nach einer Weile stellt mein jüngerer Bruder fest, Moment mal, der hat mich total abgezockt und ich bin hier als Mönch total freiheitsberaubt. Und dann haut er aus dem Kloster ab. Und mein toller älterer Bruder will mit mir dasselbe machen. Na nett, geh doch mal ins Kloster. Auf keinen Fall. Also das ist doch. Und dann ist da auch noch dieser Kardinal, ein Buddy von meinem Bruder. Boah, ist die scharf. Ich will die als Gesellschafterin. Und ich so, never. Erstens ist dieser Typ charakterlich minderbemittelt und zweitens suche ich mir meinen Mann selber aus. Ich habe auch eine Wahlfreiheit. Also das ist doch unerhört. Das kriegen wir schon hin. Naja, und Tantchen hier hat dann unsere Flucht organisiert. Damals aus der Kirche weg. Deswegen musste ich dich mit dem Portefeuille ablenken. Boah, Wahnsinn. Ich werde dich gegen alle, inklusive deinem älteren Bruder, verteidigen. Ja, so einfach ist es nicht. Mein Bruder ist mein Vormund. Das ist alles legal, was er macht. Ja, aber können wir denn nicht auch ohne diese bürgerliche Ehe beispielsweise zusammenleben? Unsere Verbindung ist so stark. Und die Tante so, Momentchen. Wir können uns nicht einfach aus der Gesellschaft ausklinken. Wir müssen uns schon auch an Normen und Gesetze halten. Ja, aber unsere Liebesbeziehung ist doch die Basis von allem. Und eine Ehe ohne Liebe ist ein Kadaver. Boah, wenn ich doch nur so überzeugend reden könnte wie Lorenzo. Lorenzo? Oh, das ist mein zweiter Bruder. Ist das dein Freund? Ja, also so heißt mein Freund, den ich in Paris verloren habe. Aber ja, dann ist es doch. Wir waren doch auch in Paris. Mein älterer Bruder war hinter uns her. Dann sind wir Lorenzo begegnet und mit ihm hier in die Schweiz gekommen. Deshalb hat er mich verlassen. Und wo ist er jetzt? Also er wollte uns schützen. Deswegen hat er uns wieder verlassen. Ist ja eine katholische Gegend hier. Und er ist immer noch entflohener Mönch. Und Albert sagt, ja, aber dann weiß ich doch, was ich zu tun habe. Ich suche ihn. Zusammen können wir uns gegen deinen älteren Bruder wehren. Und die so, okay. Es dauert eine ganze Weile. Aber er kann Lorenzo aufspüren, der als Künstler, wohl als Maler arbeitet. Und es geht ihm nicht gut. Lorenzo! So, Albert, ich komme von Nanette. Ja, okay. Die alte Vertrautheit ist dahin. Sie machen ein bisschen Sightseeing. Hier ist dann, upsie, hier ist ein super Felshang zum Runterstürzen. Selbstmord. Ist doch die ultimative Freiheit, oder? Selbstbestimmt abzutreten. Ja, aber... Also gut, dann sprechen wir morgen drüber. Er lässt ihn für den Abend allein. Und am nächsten Morgen ist Lorenzo tot. Nein, er hat sich erschossen. Albert findet heraus, was ihn hier so runtergezogen hat. Also, er sollte dieses Mädchen Luise malen. Er verliebt sich in sie und sie in ihn. Und beim Heiratsantrag sagt er dann zu ihrem Vater die Wahrheit. Und der so, Ex-Mönch, Maler? Auf keinen Fall wirst du mein Schwiegersohn. Und das hat ihn so fertig gemacht und verzweifelt. Okay, Freunde, ich habe ja jetzt mein Gefühlsleben ausgebildet. Ich werde jetzt mal ganz rational. Wenn ehrliche und gute Gefühle Lorenzo dazu bringen, in dieser Gesellschaft zum Selbstmörder zu werden, was muss ich dann tun, um Verstand und Gefühle in Einklang zu bringen? Und er grübelt so und macht sich auf den Heimweg zu Nanette, der er natürlich die schlimme Botschaft überbringen muss. Lorenzo ist tot. Nein! Sie ist nur für einen Moment vom Schmerz überwältigt. Dann ist sie wieder gefasst und vernünftig. Es kommt noch schlimmer. Ein Freund hat mir gesagt, dass dein älterer Bruder uns auf der Spur ist. Aber ich habe eine Idee. Wir sind uns doch Vaterland genug, oder? Lass uns nach Amerika auswandern. Und sie sagt nichts, aber ihr Blick ist ein Schwur. Und so wird diese neue Welt zur Hoffnung für ihre Zukunft. Hoffentlich nehmen sie die Tante auch mit. Das, liebe Gemeinde, war das Blütenalter der Empfindung von Sophie Möro. Vielen Dank. Das Blütenalter der Empfindung. Ganz ehrlich, das ist ein abschreckender Titel. Klingt nach süßen Blümchen, klebrigen Träumchen. Aber was drinsteckt, ist überraschend klar. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Du liest in dieses Büchlein rein und es geht rauf und runter um das Gefühlsleben des Ich-Erzählers Albert. Das Einssein mit der Natur. Den Emotionsboost durch seine Verliebtheit. Später die selbstlose Freundschaft zu Lorenzo. Liebeskummer. Und dann darum, wie reich er durch die Vereinigung mit Nanette wird. Was wenig vorkommt, ist die Erzählung von äußerer Action, Fakten, Welt, Ereignisse und spannende Szenen kann man mit der Lupe suchen. Wir sind da eine deutlich, naja, sachlichere Erzählweise gewöhnt. Es ist schon möglich, als Leserin reinzukommen in den Roman, ihn zu genießen. Aber das verlangt eine gewisse Offenheit für eine besondere Leseerfahrung. Diese Geschichte ist ein emotionaler Bildungsroman. Das Tolle ist, dass Sophie Miro sich nicht einseitig mit dem Gefühl verbündet und die Vernunft völlig verteufelt, sondern beschreibt, dass intensive emotionale Erfahrungen die Basis für menschliche Reife sind. Durch Liebe, Freundschaft, Erfüllung und Verlusterfahrungen entwickelt sich Albert und ganz vernünftig formuliert er zum Schluss eine Möglichkeit, sein Leben in Freiheit zu gestalten. Durch Auswanderung. Auch sehr gelungen ist die Figur Nanette. Erst denkt man, natürlich, die Frau ist die Gefühlsexpertin, aber sie ist vor allem auch eine Verstandesexpertin. Sie lässt sich eben nicht von ihrem Bruder emotional erpressen. Sie lässt sich vom Tod von Lorenzo nicht aus der Bahn werfen. Und sie ist frei genug, mit Albert nach Amerika zu gehen. Was für eine starke Frau. Wenn wir uns jemanden wie den jungen Werther anschauen, der teilweise mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, dann ist er bei aller Rebellion doch ein Opfer seiner Gesellschaft und seiner Gefühle. Miro's Albert hingegen vermittelt eine andere Botschaft, nämlich Du musst deine Gefühle erstmal zur Kenntnis nehmen, mit ihnen umgehen lernen, ihnen Raum geben und wenn möglich einen Ausgleich mit der Gesellschaft suchen, zwischen Gefühl und Gesellschaft. Wenn das nicht geht, dann kämpfe für deine Freiheit. Kein schlechtes Vorbild, auch für uns heute. So viel zum Blütenalter der Empfindung. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Abo-Button, liked das Video, teilt das Video und hey, vielleicht seid ihr Fans von Büchern, vom Lesen von Sommers Weltliteratur to go? Dann werdet doch Teil der Weltliteratur-Community auf Steady. Ihr bekommt meine Videos vor allen anderen zu sehen. Ihr seid mit mir im direkten Kontakt, bekommt exklusiven Content und gestaltet dieses Projekt mit. Wäre das was? Liebe Grüße, lest was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss!